Und Dusche getrennt. Ja, Beihandercabine, Komfort, Toilette und Dusche getrennt. Die VD haben wir hier. Hier haben wir die zwei Klappbetten. Ein komplettes Bett. Schönartloser Balkon. Dann haben wir hier die Toilette getrennt. Und hier haben wir dann Dusche. Dusche und doch ein zweites Waschbecken. Das ist natürlich sehr schön. Sind auch schön groß und ziemlich eingerichtet.